Ja. Und? Nee. Ja. Was aber ziemlich nützlos ist eigentlich, denn wir hatten auf jeden Fall die Unterreinheit zwischen 6.5. Ja. Was aber ziemlich nützlos ist eigentlich, denn wir hatten auf jeden Fall die Unterreinheit und dann irgendwie das ist gut und das ist besser als gar nichts tun. Nee, man verliert ja jetzt viel Sex mit einem und man kriegt so eine E-Folge, die der gewählt sind. Und der will halt niemals seine P-Dekodulation kriegen. Stimmt. Ne? Stimmt. 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 Dat dann advisor au addressed in Ihnen zu der Zeit. In der Zeit zu minimize den Deinen den nehmen. Eben hier einwärtsleinigen, wenn der vorge味st will im Ende Desil muss erlassen, 않 rö00 am